Hallo zusammen, ich bin Cyril, arbeite bei der Firma Rosenbauer Schweiz AG in Oberglatt und ich nehme euch heute mit in meinen Alltag. Als Produktionsmechaniker bei der Firma Rosenbauer bin ich in zwei Bereiche tätig. Einerseits im Service, dort halten wir die Fahrzeuge unterhalten, reparieren und Service machen und im Neubau bauen wir die Fahrzeuge nach Kundenwunsch aus. Was mir sehr gut gefällt an meinem Beruf ist, dass er sehr abwechslungsreich ist und dass ich meinen Beruf mit dem Hobby Führer verbinden kann. Was die grossen Vorteile sind bei uns in der Firma, ist, dass wir ein sehr lässiges und aufgestelltes Team haben, dass wir einen Viererhalbtageswoche haben und am Freitagnachmittag nach Hause gehen können und dass wir grosse Aufstiegsmöglichkeiten im Konzern haben. Was du für den Beruf mitbringen möchtest, ist Teamfähigkeit, körperliche Belastbarkeit und handwerkliches Geschick. Haben wir dein Interesse geweckt bei uns, dann bewirb dich noch heute für den Beruf Produktionsmechaniker oder Logistiker oder für das KV. Wir freuen uns auf dich! Wir freuen uns auf Deine Vielen Dank.